Malch Künzli, wie war es, mal wieder zu spielen? Ja, es hat mega Spass gemacht. Ich glaube, es war schon noch nicht alles so eingespielt wie vorher. Aber es war doch sehr lässig, jetzt wieder mal Hockey zu spielen. Lassig war es sicher auch, nach einer längeren Pause zu schießen, oder? Ja, sicher. Am Anfang hatten wir eine, zwei Chancen, die wir schon hätten machen können. Und es kam vielleicht schon fast ein bisschen Frustration. Die zwei Goals haben nachher sehr gut getan. Und was war der Grund, warum ihr am Schluss doch noch die Karre gewinnen konnte? Ja, sicher nicht so das beste Spiel gewesen von beiden. Ich glaube, wir haben schon recht viele defensive Fehler gemacht. Und ja, sie haben es nicht genutzt und wir haben es genutzt. Ich glaube, das hat ein bisschen den Unterschied gemacht. Danke vielmals.